Der Dom St. Peter Wie Sie sehen, handelt es sich um einen Don in gotischen Stil, dessen Bau sich über mehrere Jahrhunderten wechseln. Nicht weniger als 600 Jahre verliehen zwischen dem ersten Stein und der schlussendlichen Verrichtung seiner Turmschutzen. Wie alle Donbauten ist der Don in Lebensburg wie ein Buch aus Stein. Ein einzelner Einweg in die Geschichte der Menschen und unseres Landes. Wenn Sie möchten, betreten wir nun das Druckinnere. Vor uns hier bitte. Ja. 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 Schuss! Schuss! Ist das Gabriel? Ganz richtig, Kleiner. Ihr habt ein schönes Leben. Weil er eine große, schöne Name überbringt. Man könnte was meinen, er sei lebendig. So lebendig wie der Dom, Kleiner. Er wächst immer höher. Seit wann, Meister? Seit wann? Feuer! 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 Wasser! Schnell! Oh Gott, Feuer! Der Tornen brennt! Wasser, schnell! Der Tornen brennt! Der Tornen brennt! Feuer! Wasser, schnell! Seit wann? Seit dem letzten großen Rand, seit Baumeister davon geträumt haben, auf der Asche der alten Romanischen Kathedrale neue Kathedralen zu errichten, bis sie den Himmel berühren. Bis zu den Sternen, Meister? Bis zu den Sternen, Rainer. Und vielleicht sogar noch höher. Bis zu den Sternen, Rainer. Malo Wurz of the Sea, Malo Wurz of the Sea. 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 Malo Wurz of the Aber Gott sei Dank, und dank des Wassers in Donau, sind die Regensburger Händler steinreich. Reich an all diesen wunderbaren Dingen aus der Ferne. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und jetzt, kleiner, sollen die Glasermeister aus diesem Dom ein Schmuckstück des Lichts machen. Das Lächeln eures Endes wird dadurch nur Mäuschen erscheinen. Und jetzt, kleiner, sollen die Glasermeister aus dem Schmuckstück des Lichts machen. Die Glasermeister aus dem Schmuckstück des Lichts machen. Die Glasermeister aus dem Schmuckstück des Lichts machen. Oh nein, kleiner, diese Geschichte hat kein Ende. Du wirst sehen, dass 300 Jahre nach dem Dombau König Ludwig I. von Bayern diese Türme erbauen lassen wird. Damit der Dom noch höher wird. Die Glasermeister aus dem Schmuckstück des Lichts machen. Hier ist vor dem Trunkspitzen errichtet worden. ist der Dom endlich vollendet. Auf den Seiten dieses großen Buches wird immer weiter geschehen werden, kleiner, so wie Janne ins Lächeln niemals verblassen wird. Werden Sie immer an seiner Nähe bleiben, Meister? Immer, kleiner. Er hat dein Lächeln. Oder vielleicht meines. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 St. Maria, 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 St. Maria,